Was ist das LB-Bohle? Bei Bohle hat man die Möglichkeit, nicht nur Maschinen einzukaufen, sondern technologische Gesamtkonzepte zu erwerben. In Zusammenarbeit mit dem Hause Bohle sind hocheffiziente Anlagenplanungen möglich. Begriffe wie Zuverlässigkeit, Qualität und Effizienz stehen aus meiner Sicht nicht nur für die Maschinen, sondern für sämtliche Dienstleistungen des Hauses. LB-Bohle bietet das weltweit größte Angebot an Anlagen für die Feststoffproduktion. Wir sind mit mehr als 35 Patenten immer auf der Suche nach neuen Verfahren und technischen Verbesserungen. So entwickeln wir Innovationen, die unseren Kunden helfen, noch effizienter und sicherer zu produzieren. Wir haben Maschinen der Firma Bohle seit Beginn der 90er Jahre, als wir unseren Standort hier erweitert haben, im Einsatz in den verschiedensten Systemen, von Handlingssystemen, Mischsystemen bis zu Prozessanlagen wie Wirbelschichtgranulate oder eben auch Codinganlagen. Wir haben seit ca. 2008 eine BFC 400 Anlage hier im Einsatz. Wir haben es geschafft, in dieser Zeit viele Produkte, viele Verfahren zu effektivieren. Das heißt, wir haben die Prozesszeiten verkürzen können. Wir haben bis zu 20 Prozent zeitliche Einsparungen bekommen. Qualität hat für uns oberste Priorität. Unser Anspruch? Unsere Anlagen müssen laufen. 30 Jahre und mehr. Mindestens. Und immer so exakt wie am ersten Tag. Es gibt gute Gründe, sich für eine Anlage aus dem Hause LB Bohle zu entscheiden. Bohle bietet als einziger Hersteller im Bereich der Granulierung sämtliche Technologien an. Durch das intelligente Materialflusskonzept ist eine sehr einfache Handhabung möglich. Staubarmes Arbeiten, leichte Reinigungsmöglichkeiten und eine sehr einfache Bedienbarkeit sind für mich die entscheidenden Vorteile der Technologien. Was wir bei LB Bohle anders machen als andere? Ganz einfach. Wir entwickeln gezielt, in Kooperation mit dem Kunden. Bohle ist traditionell eine Firma, die sehr flexibel reagiert und sehr viele Lösungen anbieten kann. Ich denke, dass wir aufgrund dessen sehr attraktiv für unsere Kunden sind, weil wir für jede Aufgabenstellung eine Lösung anbieten können. Weil wir immer nach der besten Lösung streben, gibt es das LB Bohle Service Center. Hier können Kunden ihre Produkte auf unseren Anlagen in Echtzeit testen. Hier im Bohle Service Center haben wir eine komplette Feststoffproduktion aufgebaut. Gemeinsam mit unseren Kunden können wir hier sämtliche Prozesse im Pilotmastab testen und unsere Kunden können sich von der Qualität und Funktionalität unserer Geräte überzeugen. Dafür stehen auf mehr als 500 Quadratmetern neun Anlagen zur Verfügung. Unser Service Center ist ein wichtiger Treffpunkt für die pharmazeutische Industrie. Hier finden regelmäßig Seminare und Workshops statt. LB Bohle fertigt Made in Germany. An zwei Standorten mit einem hochmotivierten Team aus mehr als 200 Mitarbeitern. Die Erfolgskomponenten von Bohle sind schnell erklärt. Wir haben moderne Fertigungstechnik und gut ausgebildete Fachkräfte, die besonders erfolgreich im Team zusammenarbeiten. Die Entwicklung und die Fertigung arbeiten im Prinzip in einem Team zusammen. Das heißt, wenn wir uns für eine neue Maschinengattung oder einen neuen Maschinentyp entschließen, so wie diesen hier, dann setzen wir uns im Team zusammen. Auch andere Abteilungen kommen dazu, so die Elektrotechnik, von Beginn an und diskutieren, welches der beste Weg ist, so eine Maschine zu bauen. Ist eine Anlage fertig, wird sie sorgfältig verpackt. Denn der Weg zu unseren Kunden ist oft lang und kompliziert. Zu unserer Philosophie gehört es, dass unser Service weit über das Werkstor hinausgeht. Auf Wunsch übernehmen wir den Aufbau und die Inbetriebnahme ihrer Anlage vor Ort und kümmern uns darum, dass ihre Anlage immer optimal funktioniert. Wir sind ein Familienunternehmen und wir betrachten uns auch als Familie in dem ganzen Rahmen unserer Firma. Wir haben uns in dem Markt der pharmazeutischen Zulieferanten einen ganz festen Platz erarbeitet, um den uns einige beneiden. Es gibt keine pharmazeutische große Firma, die nicht mindestens einen Mischer von Bohle hat. Und zudem haben wir inzwischen auch unsere Coatingtechnik so weit entwickelt, dass wir mit Buch und Recht sagen können, dass wir dort Technologieführer sind. Und damit das so bleibt, steht der Nachwuchs schon bereit in den Startlöchern. Und wir werden alles daran setzen, diese Erfolgsstory fortzusetzen. Und wir werden alles daran setzen, diese Erfolg zu haben.